Vom Verein Landluft wurde zum dritten Mal der Baukulturpreis in Österreich vergeben. Dabei handelt es sich aber um viel mehr als nur um Baukultur. Es geht um Zusammenleben, um Umgang mit Natur und Energie, mit den Menschen im Mittelpunkt. 2016 wurde Ipsitz mit dem Preis ausgezeichnet. Ja, das macht stolz auf das, was man gemacht hat, auf diese Tätigkeiten, die man über Jahre frei durchgeführt hat. Aber was besonders stolz macht und eine große Herausforderung ist, dass man durch diesen Baukulturpreis in einer Gemeinschaft von mehreren Gemeinden über Österreich verteilt sich befindet, hier ein Austausch sich entwickelt, ein gegenseitiges Anspornen und dass man eigentlich verstärkt sich weiter um das Thema Baukultur in der Gemeinde bemüht. In einer Wanderausstellung werden die Leistungen der prämierten Gemeinden sichtbar. Bei der Eröffnung in Ipsitz hielt der Bürgermeister einer Vorarlberger Prägenzer Waldgemeinde eine höchst interessante Impulsrede. Sie stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt. Ich denke, dass wir vor allem die jungen Menschen, die sind unsere Zukunft, dass wir die in den Mittelpunkt stellen müssen. Die werden unsere Gemeinden in Zukunft auch besiedeln. Natürlich sind uns die alten Menschen nicht egal. Natürlich bemühen wir uns auch um die. Aber das sagt sich so einfach. Junge Menschen in den Mittelpunkt stellen. Heutzutage haben junge Menschen sehr viele Interessen und gerade in ländlichen Bitten zieht sie es von dort weg. Wie haben Sie das trotzdem geschafft? Ich muss sie einfach ernst nehmen. Ich muss sie natürlich fragen. Ich muss sie fragen, was sind eure Bedürfnisse? Was möchtet ihr für die Zukunft haben? Was ist für euch wichtig, damit ihr in dieser Gemeinde bleiben würdet? Und wenn ich diese Antworten, die sie mir dann darauf geben, wenn ich die ernst nehme, dann eigentlich ist das schon die halbe Miete drauf. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich entsprechende Maßnahmen umsetze, dass ich die Jugend in die Mitte des Dorfes bekomme, dass sie entsprechende Freizeitmöglichkeiten haben. Natürlich auch, dass sie Wohnmöglichkeiten haben, Ausbildungsmöglichkeiten. Und dann glaube ich schon, dass Jugendliche bereit sind, sich nicht in Ballungsgebieten, sondern auch in ländlichen Gemeinden und Regionen niederzulassen. Die Ausstellung inspirierte zum bewegten Diskurs, nicht nur über Architektur. Aber was ist Baukultur aus der Sicht eines Architekten? Baukultur im übertragenen Sinn, also Baukultur betrifft uns ja alle und Baukultur bedeutet, Lebensraum zu gestalten, auch zuzusehen, wie Lebensraum gestaltet wird. Also Baukultur allgemein kann man vielleicht sagen, es ist das, was passiert. Und Kultur als Hochbegriff würde wohl bedeuten, dass man es bewusst betreibt, dass man Bauen bewusst betreibt und sich dessen bewusst ist, dass es die gesamte Gesellschaft betrifft. Auch die neue Geschäftsführerin des Vereins Landluft war in Ipsitz zugegen. Also unsere Aushängeschilder sind eigentlich die prämierten Gemeinden von den Preisen. Die sind unsere Best-Practice-Beispiele. Da versuchen wir die Protagonisten aus den Gemeinden, das sind Bürgermeister, Planer, engagierte Bürgerinnen, dass wir die wiederum in interessierte Gemeinden bringen oder in Gemeinden, die da irgendwie den Funken gefangen haben für Baukultur. Und so vernetzen wir und wir haben mittlerweile schon ein sehr großes Netzwerk, wie man auch vielleicht heute bei der Ausstellung in Ipsitz gesehen hat. Die Gemeinde Langeneck hat Erfolg, indem sie ihre Bürger voll in den Entwicklungsprozess der Zukunft einbaut. Bürgerbeteiligungen im wahrsten Wortsinn erscheint mir. Glauben Sie auch, dass dieses Thema, dieses komplexe Thema auch ohne Politik schaffbar wäre? Ich glaube schon. Es wird etwas schwieriger werden ohne die Politik. Es geht sicher viel, viel leichter, wenn die Politik hier mitmacht. Aber es ist auch ohne die Politik zu machen, wenn Menschen dahinter sind, die überzeugt sind von einer Idee, die da wirklich entflammt worden sind und bereit sind, dafür etwas zu investieren, damit sie andere auch entflammen können.